Die Welt ist nicht mehr die Welt, die sie vor zwei Jahren war. Die Covid-19-Pandemie hat alles verändert. Sie hat uns viel von unserem alltäglichen Leben genommen. Sie hat uns unsere Leben weggenommen. Weltweit sind mehr als fünf Millionen Menschen an Covid-19 gestorben. In Deutschland verloren mehr als 108.000 Menschen ihr Leben. Die Todesfälle nehmen von Tag zu Tag zu. Die wirksamste Schutzmethode ist laut Experten die Desinfektion. Auch wenn es in Zukunft noch mehr Mutationen geben könnte. Auch wenn wir in Zukunft mit neuen Epidemien konfrontiert werden. Und auch obwohl sich der Name des Virus ändern kann. Die Maßnahme wird immer dieselbe sein. Desinfektion. Auf meiner letzten Reise nach Amerika habe ich die Bedeutung dessen viel besser verstanden. Ich habe mich selbst gefragt. Was kann ich für die Welt tun? Und so begann ich eine Zusammenarbeit mit Natrudis. Natrudis ist ein hochwirksames Desinfektionsmittel. Es ist deutschen Ursprungs und wird in der Türkei hergestellt. Natrudis unterscheidet sich von anderen Desinfektionsmitteln. Auf dem Markt sonst erhältlicher Desinfektionsmittel werden entweder für die Oberfläche oder für die Haut hergestellt. Natrudis hingegen ist sowohl auf der Haut, auf Oberflächen als auch auf Textilien wirksam. Lassen Sie uns das Produkt gemeinsam öffnen. Sie sehen, es ist ordentlich verpackt. Steril. Dieser Stempel bedeutet, dass ihn niemand berührt hat. Hygienisch. Hier ist ein Prospekt. Hier finden Sie alle Informationen zum Produkt. Daneben befindet sich auch ein Sprühkopf, nämlich die sogenannte Natrudis Sprühdöse. Diese Sprühdöse ist ein patentierter und hocheffektiver Aktuator, der mit einer speziellen Technik arbeitet. Wenn Sie den Sprühkopf betätigen, passt er seine Dosis an und ergibt eine perfekte Verteilung. Besonders gut eignet für große Flächen. Sie können auch solche Textilprodukte übersprühen. Informationen über die Anwendung und Wirksamkeit von Natrudis finden Sie in der Packungsbeilage und auf den Websites. Das Produkt ist wirklich hervorragend und hat sich als sehr wirksam erwiesen. Genau wie die Vision und Mission der Hersteller. Denn Natrudis spendet mit jedem Produkt, das Sie kaufen. Wohin? An Schüler, an Lehrer und an Krankenhäuser. Dort, wo die Fälle und Todesraten hoch sind, spenden wir gemeinsam mit Ihnen. Und hier ist es noch nicht zu Ende. Wir fördern die Welt und Ihre Menschen, indem wir Wasserbrunnen bauen, Bäume in Ihrem Namen pflanzen und an Kinderheime spenden. Sie kaufen dieses Produkt. Ich teile Ihnen anschließend mit, was Natrudis wöchentlich, monatlich und vierteljährlich für die Menschheit tut. Ich unterstütze Natrudis' Mission und Vision. Deshalb starte ich einen Natrudis Marathon, um auf die Bedeutung von Desinfektion, gemeinsamer Verantwortung und Nächstenliebe für die Menschheit aufmerksam zu machen. Großunternehmen, kleine Unternehmen, Einzelhändler und jeder fürsorgliche Einzelne. Wenn nicht nur Regierungen diese Verantwortung übernehmen, wenn wir alle mitmachen, dann werden wir die Herausforderungen meistern, denen wir heute und in Zukunft gegenüberstehen. Ich lade alle ein, sich diesen Natrudis Marathon anzuschließen. Lade deinen besten Freund zum Marathon ein, indem du mit einem Natrudis-Desinfektionsmittel etwas desinfizierst, wie zum Beispiel diesen Natrudis-Stand und dann die Dose zu einem Freund wirst. Anschließend könnt ihr euer Video hochladen. Lass uns gemeinsam die Welt gesünder und schöner machen. Ich rufe von hier aus Emil Ellef Büber. Ich lade dich ein, gemeinsam die Welt zu schützen und zu verschönern.